Internet Webbrowser Tastatur Die Maus Bilddruck Kopieren Einfügen Das Freistellen Ausschneiden Das Datenvolumen Der Druck Der Computermonitor Die Softwareprogramme Der Virus Die Tools Die Taskleiste Das Symbol Das Zwischenspeichern Die Ladenzeit Das Datei-Upload Das Internet Das Internet Die E-Mail Die Sicherheitskopie Die Internetrecherche Der Gruppenchat Das soziale Netzwerk Der Gruppenanruf Online präsentieren Die Social Media Der Benutzername Das Passwort Die Freundschaftsanfrage Der Chat Das Teilen Das Like Gefällt mir Die Nachricht Der Kommentar Die Privatsphäre-Einstellungen Das Hashtag Der Post Die Suchmaschine Aus dem Internet Der Link Das Notebook Der Laptop Die Cloud Die Technologie Der Abonnent Abonnieren Die Technologie Die Technologie Der Laptop Die Technologie Der Laptop Die Technologie Der Laptop Die Technologie Untertitelung des ZDF, 2020